Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die beschädigte Maske. Das ist eine Drop Quest aus dem Sherkwad und droppt in diesem Gebiet so ungefähr von diesen Mobs hier. Täufelsverderberin und Täufelsverderber. Da gibt es auch mehrere Modelle davon, also gibt auch so dickere nenn ich es mal. Oder haben zumindest eine andere Kleidung an. Vor Quest ist glaube ich nicht nötig, da bin ich mir nicht sicher. Ich nehme die Quest auch auf während des Patches 9.0.5 Also Anfang Shadowlands. Das ganze sollte aber euch auch helfen in WC Classic. Ich töte mal diese Mobs hier. Ah, da seht ihr das andere Charakter Modell, das ist ein Ork und das würde ich sagen sind so untote. Normalerweise hat diese Maske, beziehungsweise das Quest Item, eine hundertprozentige Drop Chance. Und da ist sie auch schon. Die beschädigte Maske ist auch automatisch angenommen. Ihr seht, da gibt es mehrere von diesen Mobs. Das sind so Patrouillen in diesem Gebiet. Normalerweise findet man auf anderen Seite auch welche. Versuche es euch auf die Schnelle zu zeigen. Aber anscheinend verstecken die sich jetzt. Ah, da unten sind nochmals zwei. So, wo muss man damit hin? Ewige Heine im Schergrat. Ja, da sind wir auch in der Nähe. Wie ihr seht kann ich fliegen. Aber ich werde jetzt nicht einfach über Stock und Stein fliegen. Sondern ich werde mich ein bisschen an die Pfade halten. Damit ihr meine Wege nachverfolgen könnt und beziehungsweise damit ihr sie nachlaufen könnt. Falls ihr noch kein Fliegen beherrscht. Ich glaube in WC Classic könnte man fliegen erst ab 70. Beziehungsweise nicht in WC Classic. Das erscheint ja erst. Aber damals in Burning Crusade. So, da bin ich auch schon. Questis abzugeben bei Oma Li Zapschnapper im Schergrat an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns live. Hey Zocke. Ende.